letzte entscheidende schlacht für helmsklamm nein moment halt du hast was anderes für rohan ja was anderes rufen auf den gleichen film ein das ist ja clever clever girl wieder strohhalben ich darf nicht wählen ich nehme den drachenpanzer doch du darfst wählen und zwar den tod tschüss today ja da war das so oh ja was sieht aus als wird er gleich jetzt checkte ich habe ja gedacht so jede runde mal wechseln wenn er einfach so über und drüber rollert also erhöhte position das heißt wir müssen hohe positionen an die position alles ja gut er kommt ja überall hoch ja gut aber nicht wenn er rollt und dann muss das rollen erst wieder aufladen oh shit 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 ach du scheiße ja jetzt habe ich schiss ja ok ok gut kriegen wir wie schon gesagt für rohan leonidas äh für hast du es mal mit für oscar versucht oscar ich habe jetzt irgendwie mal mitten in der runde wir können ja die karte gerade so nehmen für eine runde es wird jetzt kompliziert nebenbei eine pen and paper runde noch zu füllen und theoretisch so warte ich würfel mal kurz für meinen angriff wenn der würfelt und wenn wenn es nicht passt dann darf ich das monster nicht angreifen ja genau dann hat das monster geblockt also ich wusste bis auf dem loss gar nicht dass es zu dsa 1 2 computerspiele es gibt eine ganze menge dessa spiele also ich habe jetzt nur zwei weil die im angebot waren für 1 2 Ja, das sind die Point-and-Click-Adventure von Dingen, die haben aber nicht sehr viel zu tun. Ja, Deda-Lick. Echt, es gibt nur einen Punkt? Die haben aber nicht viel mit Dingen zu tun. Also bis jetzt, ja, mehrere gibt es, aber die werden nach und nach das freigeschalten. Dahinten kommen die ersten Viecher, glaube ich. Ziel auf die Schwachstelle! Ja. Ist wie ein Tower-Defense, also. Wow, Mama! Shit, 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 shit. Der Generator, leg das Monster ab! Jawohl, Volltreffer! Und da ist das Bombard! Habt ihr jetzt eigentlich auch Schild gerade? Ja, Wombard, schimm ich nicht ab hier. Flammenderfer! Auf geht's! Weckert. Leute. Wenn man immer schön die Todesglocken hört. Versteh nicht. Ich bin down, ich bin down. Ah. Da kann ich jetzt leider gerade nichts, wenn er auf dir draufsteht, machen. Ich bin tot. Left 4 Dead freigeschalten. Dann verpassen wir ihm mal einen fiesen Krüter. Vorsicht! Volltreffer! Ja, das Ziel ist verwundbar. Oh, das sagt man doch so. Echt, jetzt ist das Scheißding? Nein, ich hab dich langzamer gemacht. Diese Schwachstellen sind praktisch. Ach so. Gut im Weg. Ja, ich bin dabei. Kann dieses Scheißding jetzt nicht mal kaputt gehen, ey? Ist das ja gut. Welthaubungsgewähr bereit. Boom! Generator zerstört! Danke. Wow, die Monster sind echt fach. Wow, lass mich in Ruhe, fetten Spie. Na, Hälfte des Lebens haben wir schon mal weg vom Bombardmon. Aber ich weiß nicht, ob wir so acht Minuten die aufhalten können. Wenn wir das Monster down kriegen, schon. Kopf auf Aufklärungsmission entsandt. Hä, war das Ding jetzt nicht kaputt? Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Stück, die kaputt gemacht werden müssen. Also, wenn du das schaffst, hast du gewonnen. Oder wenn du uns tötest, glaube ich. Hey, Pattison-Generatoren sind nicht zum Essen! Oh, Mama! Vergiften wir jemanden! Ah, verstehe. Wie eine zweite Haupt. Macht Sinn. Moment, Wechsel auf Betäubungsteile. Der Schild geht weit aus! Ich höre es schon wieder an, Rande. Ich stelle jetzt mal irgendwo so ein Sensor-Ding uns auf. Ich kann seinen Angstschweiß riechen. Ja, aber es ist nie her. Oh, macht doch was. Macht halt nix. Die Panzerung ist weg. Vielleicht überleben wir ja doch. Ich mein, wir überleben bestimmt, glaube ich. Bestimmt nicht. Na super. Also, ich sagte. Moment. Wechsel auf Betäubungsteile. Diener gespawned. Na super. Hier, scheiß, dein Viech, ihr helft mir doch mal. Feuer frei! Schieß drauf. Sniper for the win. Sniper for the win. Dann verpassen wir ihm mal einen fiesen Krater. Ja, die kommen näher. Die sind am Ding, am Generator. Ja, sehe ich. Ein Treffer, ein bestätigter Treffer. Ja, das hilft uns nicht, wenn ihr das Ding auf... Der kommt zu euch. Rollt er uns sozusagen entgegen. So, wo ist das Wombard? Wombard ist bei mir und tötet mich. Leib wohl, Trapper! Oh Gott. Leib wohl, Trapper. Ja, macht's gut. So. Hat aber nicht mehr viel Panzerung. Ah, was war das denn? So, ich übernehme jetzt mal den Bot. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Was kann ich denn alles so? Ach, sie ist schon wieder hinten? Gift, Leute. Gift! Kommt schon, ihr kackt, ich habe das Ding kurz und klein. Der Generator ist fast zu schütteln. Ohne deine Hilfe wird das nicht funktionieren. Ich dachte, dass das ohne meine Hilfe ist. Äh, finde ich gut, dass du hier bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Hey, du haust mir jetzt nicht wieder ab. Du feiges Mistvieh. Tja. Aber was mit dem Leben, was man hat? Generator ist down. Oh, tut mir ja leid. Yep. Tut's nicht. Sorry. Ich weiß. Ja, jetzt wird's lustig. Sind's vor allen Dingen eng. Da ist er noch so ein Vieh. Bleib hier. Diener sind besprochen. Ey, pass auf dich auf, Thornt. Top dich auf. Ja, die sind hier auf dem Weg zum Ding. Die sind so gut wie da. Ich kack's dich jetzt, weil ich immer noch nicht verspressen kann in den Energiekrieg. Danke. Macht's gut, Latt. Ey, die haben viel zu viel. Wie kann das Monster sie einfach so zerreißen? Das würde ich mir auch mal wissen. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Okay, down. Ich helfe schon. Okay. Okay, 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 okay. Danke, 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 danke. Dann komme ich mich um den. So, jetzt haben wir erstmal eine andere sichere Runde. Ja, jetzt habe ich meinen Trapper wieder. Wohin, man traut sich hier bestimmt nicht rein. Sagt der, und vordere wir es raus. Von wo werden sie gekommen? Wo sind hier die Eingänge? Vielleicht in den Gang. Da oben. Oben an der Ecke. Da, wo ich hinschieße. So, letzter Kamikaze-Angriff. Jo, jetzt hier. Ja, ja, ja. Die springen da runter. Und, okay. Ich nehme die Medi-Pistole. Es wird, Vorsicht! Ich habe das Ziel getroffen. Langsam werde ich richtig gut. Oh, was? Der ist hinten dran, ne? Ja. Oh, mach doch deinen Angriff, ey. Meine Fresse. Wee! Scheiße, kommst du mir nicht davon. Echt, hier kommt man nicht mehr raus? Was darfst du noch irgendwie hier drinnen sitzen? Medi-Pistole vollständig aufgeladen. Fuck, fuck, fuck. Kann man das Ding heilen? Äh, jup. Das bist du nicht. Da kann man das denn jetzt nicht sein. Den geht auch nicht. So, jetzt. Das weiß ich nicht. Nee, kann man glaube ich nicht. Weil, das wäre ja doof. Tunnel liegt auf, glaube ich. Und da kommen wieder meine Freunde. Einer ist weg. Einer ist weg. Einer ist durch, Männer. Das ist der zweite. Das war's mit der Panzerung. Das war's mit der Panzerung. Oh, Scheiße. Ah. Kann ich euch nicht auch töten, um Leben zu kriegen? Äh, kannst du mich heilen? Wartet mal. Stürze hinab, ja. Hier. Ja, heil mich mal. Danke. Technologie ist was Feines. Wie fühlt ihr euch, Leute? Ah, Mann ey. Das krieg ich nicht, das Ding. Das hat viel zu viel Leben. Aber du hast auch noch immer noch vier Minuten Zeit. Sei nämlich so sassy. Oh, ich hätte nicht gerade so stolz drauf werden, nur noch vier Minuten Zeit zu haben. Aber das mal achtet. Du hast schon zwei Ziele bin ich eliminiert, also. Wir brauchen alle, Blut! BAM! Teamwork! Ding, 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 ding! X-Star, Buddy. Da sind die Kleine nicht mehr. Da, so war das was. Dann verpassen wir ihm mal einen fiesen Krater. Das ist hier, Wombat nicht mehr. Das hier oben. Ey, wau mal raus, warum nicht zu schießen? Schwein. Oh, du. Es ist auch kein Weg hier hochzukommen, wenn man kein Chat hat. Nicht mal Mittagessen, doch von hier in Ruhe. Na Gott. Da ist er. Ding, 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 ding! Feuern, Feuern, Zielen, Zielen! Ach, das wird doch hier vorne nichts sein. Das Ding nimmt viel zu schnell Schaden. Nee. Nee, eigentlich nicht. Aber wenn dein Panzer nicht voll aufgeladen ist, ist klar, dass du sofort wieder Schaden bekommst. Zum einen das, zum anderen schieße ich über die komplette Map noch immer quer drauf. Vorsicht, Kern, Kern, Kern schützen. Okay, ich kümmere mich drum. Okay, schaffst du das? Machst du? Ja, ich hab den Kern. Keine Sorge. Bleib hier oben. Wer ballert denn da immer noch auf mich? Okay, ich könnte Heilung gebrauchen. Sofern jemand in der Nähe Lust hat. Robert ist erstmal wieder weg. Ja, ich geh zurück. Das ist nicht so gut, das ist jetzt auch nicht, aber... Ja doch, wär ganz gut. Ja, Leben. Ich mag Leben. Achtung. Ach, Leute, jetzt lasst euch doch mal töten, Mann. Regt mich doch jetzt nicht auf mit so'n Scheiß. Meine Fresse. Sterbt alle. Oh Mist, ich hab noch nicht mal gezielt. Ich kann ja mit rechtsklick zielen. Oh. Das hätte man ja mal früher noch sagen sollen. So. So, alles gut. Alle wieder complete LC. Da kommen die ersten Monster wieder. Ja.